hallo schön dass ihr dabei seid zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es mal um fototaschen und fotorucksäcke und zwar deshalb ich habe eine neue lösung für mich gefunden und die wollte ich euch unbedingt zeigen bisher habe ich halt für meine street und reise fotografie bin ich so in städten unterwegs war immer diesen rucksack verwendet das ist aber so eine art hassliebe weil zum einen ich bekomme da nicht so alles dran weil hier fehlen mehr außentaschen für getränke oder andere kleinigkeiten und mir ist das ging auch so ein bisschen zu klobig und ich wollte nicht unbedingt immer wenn ich in der stadt unterwegs bin mit einem rucksack rumrennen damit ist man direkt immer als tourist geoutet ist jetzt nicht wirklich schlimm aber es gibt halt auch bessere lösungen ja und da habe ich halt eine alternative dazu gesucht und die habe ich jetzt gefunden also auf der suche nach einer neuen tasche bin ich eigentlich schon des längeren habe aber noch nie so was richtiges gefunden und ich bin das jetzt anfang dezember da mal so ein bisschen strategischer angegangen und habe jetzt erstmal definiert was soll eigentlich in die tasche rein und wie soll die aussehen und an dieser story lasse ich euch jetzt mal teilhaben also als erstes muss natürlich ein gehäuse mit einem objektiv rein das ist klar dann ein weiteres objektiv als ersatz oder als alternative es muss jetzt nicht unbedingt so ein großes zoom objektiv sein aber ich habe das jetzt mal als maßstab genommen dann natürlich ersatz akku reinigungstuch dann fürs vloggen meine dji pocket zwei und das mikro dazu wichtig getränkeflasche und ein kleines stativ wenn man mal bei schlechten lichtbedingungen unterwegs ist und dann natürlich das was man so für den alltag braucht gerade wenn man in der stadt unterwegs ist so auf einer reise das heißt für mich lesebrille geldbörse smartphone und was ich auf reisen immer dabei habe ist mein notizbuch um ideen festzuhalten eindrücke oder was auch immer ich hier aufschreiben will so ein kleines flaches buch muss da auch mit reinpassen ja was dann als letztes natürlich auch schön wäre wenn das alles rein passt dass die tasche halt nicht direkt aussieht wie eine fototasche sondern vielleicht eher so wie eine alltagsumhängetasche alle sollte auch ein bisschen gefallen und hübsch sein und da habe ich eben nicht nach dieser standard schwarzen fototasche gesucht so wie sieht meine lösung jetzt aus ja meine wahl ist jetzt auf diese tasche gefallen kalahari canvas khaki die gefiel mir so ganz gut vom äußeren und erfüllt jetzt erstmal die bedingungen die ich hier so gerade genannt habe und hier passt alles wunderbar rein der zugang ist sehr gut und ich zeige euch das jetzt mal im schnelldurchlauf wie ich meine ganzen sachen hier rein bekomme wer mein kanal verfolgt der hat übrigens auch schon gesehen dass ich die tasche im einsatz hatte bei meinem letzten video zur street fotografie hatte ich die schon um und man konnte sehen wie die so im alltag dann an mir rumhängt so ich zeige euch jetzt wie alles hier rein passt und dabei stelle ich euch direkt die tasche dann auch vor also zunächst sind die zugänge hier gesichert durch zwei verschlüsse und dann kann ich die öffnen hier gibt es dann noch ein reißverschluss und jetzt kommen wir zu der großen innentasche und hier diese innentasche kann ich jetzt variabel gestalten da waren einige von diesen seitenwänden drin die jeweils mit klettverschluss angebracht werden ich habe jetzt zwei unterteilungen gemacht so dass ich hier das gehäuse rein bekomme darunter konnte ich sogar noch einiges verstauen und hier würde ich das teleobjektiv rein bekommen und falls das ein kleines objektiv ist würde ich hier sogar noch vielleicht ein kleines tuch oder sogar ein pulli oder ein t-shirt rein bekommen so fangen wir mal an mit der bestückung wir fangen an mit dem gehäuse das passt jetzt einfach hier rein und ihr seht der zugang ist relativ groß und einfach dann kommt das objektiv hier rein und jetzt seht ihr das ist ja schon relativ luftig und geht ganz locker zu so jetzt kommen die beiden nächsten großen sachen und das ist schon ganz witzig ich habe jetzt hier einmal meine trinkflasche die ist auch wirklich immer dabei und die passt jetzt ganz wunderbar hier ran und dann mein kleines stativ und das passt hier vorne rein diese beiden sachen kann man übrigens eine flasche trinkflasche und stativ kann man relativ gut gegeneinander tauschen so stativ trinkflasche und jetzt stehen noch die anderen taschen zur verfügung hier vorne packe ich da meine geldbörse rein damit ich schnell zugriff habe und damit andere keinen zugriff haben ist sie halt geschlossen wie vorne die taschen kann man dann relativ gut für das smartphone benutzen ersatzbrille brillen etui tuch weil ihr seht hier sind ausreichend taschen dran hier bekomme ich jetzt zum beispiel ein mikrofon unter ersatz akku verbleibt noch meine dji pocket 2 will ich jetzt dann doch in die haupttasche noch neben das objektiv stellen es gibt reißverschlüsse von zwei seiten so jetzt kann ich alles gegen den zug sichern von innen das ist die seite die am körper getragen wird habe ich jetzt noch mal eine flache tasche die verwende ich dann zum beispiel hier für mein notizbuch kann man aber auch gut für ein reisepass oder andere wichtige dokumente verwenden wenn man möchte und dann gibt es hier unten noch eine kleine tasche und hier ist dann der regenschutz drin das ding jetzt mal drin den zieht man dann raus und kann man über die tasche ziehen insgesamt ist diese tasche nicht regendicht aber das brauche ich auch nicht diesen anspruch hatte ich auch gar nicht weil ich will die tasche hier in der stadt verwenden und nicht im wilden gelände der tragegurt ist relativ bequem innen gummiert damit die tasche nicht ständig vor der schulter rutscht das ist relativ dick und den gurt kann man natürlich in der länge verstellen ja das ist also meine neue tasche für die street fotografie und für unsere städtereisen den typ von der tasche falls euch das interessiert den blende ich euch unten ein ich habe die fototasche bei foto air hat gekauft falls euch das interessiert den link setze ich euch auch noch mal unten rein ja vielen dank fürs schauen ich hoffe euch hat diese kleine vorstellung mir gefallen wenn ja lass mir einen daumen rauf da oder noch besser ein abo falls noch nicht geschehen dann sehen wir uns regelmäßig wieder bei sachen alles rund um die fotografie insbesondere landschaft fotografie street fotografie oder die technik dazu also bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal